Und was entscheidet der Schiedsrichter? Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte, und zwar mit vollem Recht. Und mit diesem Tor hat er den Ausgleich verzieht. 23 verschiedene Laufwege und dann dieser Freisturz. Das ist unfassbar, unfassbar. Das hat es, da bin ich 100% sicher, noch nie so in der Form gegeben. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieser Treffer ist nicht zu verhindern. Es gibt diese perfekten Standards. Super. 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 Bis zum nächsten Mal.